Jamal, Sieh, du bist ein Teil von mir. Alle meine Accounts sind weg. Lass den Arm in Ruhe. Wallah, ich bin... Sollen alle deine Accounts weggehen? Muss man sich dann ändern? Wallah, hast du recht, ja. Muss man eh knapp sein? Okay. Vergiss nicht, wo du herkommst. Vergiss das einfach nicht. Wallah, hast du recht, Wallah, hast du recht. Sag ich dir das einfach nicht, wo du herkommst. Sag ich dir das einmal und letztes Mal. Vergiss einfach nicht, wo du herkommst. Wallah, ich vergesse dich aus Albanien immer noch. Weil, Wallah, niemals ein Lied vergessen. Wie geht's dir, Donna? Alles gut? Ja, alles gut soweit. Und dir? Ich darf nicht alleine nicht. Na, pass auf mich auf. Okay, mach's gut, ciao. Wow. Ah, mach's gut. Hahaha. Da ist das. Hahaha. Ach, mach's gut. Uh, ich mal. Uh, ich mal. Das war auch noch ein bisschen. Bitte, ja. Hi. Hallo? Hallo? Okay. Nikita, hallo. Wer bist du? Äh, Tyler. Wer bist du? Nikita, hi. Alles gut? Ja, bei dir? Wir auch. Was machst du? Chefchen. Hallo? Hallo, wie geht's dir? Sollen wir dir helfen? Sollen wir dir helfen? Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Danke. Ja, nein. Nein. Ja, nein. Was denn? Alles gut? Alina? Komm mal nach Hannover, Wallah. Nein, nein. Pass auf euch auch. Tschü tschü, Viktoria wollen wir zu zweit? Ja, mesch alleine ohne die andere. Damit ihr kein Paar macht. Arafat ist gleich mit welchem Account? Ihr habt doch keinen Account, Leute. Ruf den an. Nein, Mann. Er sagt, er ist live jetzt. Ruf den an. Warum sollte ich den anrufen? Warte, ich ruf. Ich ruf, ich ruf. Ich ruf, Leute. Ihr habt recht. Ich ruf, ich ruf. Ich ruf. Böge. Mach die Blöden. Geflüsst. Geht nicht ran, ja? Ich habe eine Einladung gehört. Leute! Leute, ich habe einen Türkisch. Geht jetzt. ich wollte endlich ins gesicht sagen weil ich habe immer insta story gepostet ich habe immer auf story gepostet ich wollte mal ins gesicht sagen tut mir leid leute endlich 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 habe ich es geschafft zu sagen ins gesicht du hast schuppen ich weiß guck mal wenn ich so mache man denkt das schneit leute tut mir gefallen jetzt kommt alle auf twitter alle auf twitch rüber leute guck mal leute ja es liegt immer noch nicht ja ich schule diese aber es liegt nicht ja ich habe mich nicht auf die Leute. Vermisst du TikTok? Ich bin doch gerade auf TikTok. Nein, ich vermisse dich. Ich vermisse meinen Account und so, weil das gut war, aber vielleicht ist es besser so. Meinungen zu Nino Garschi. Leute, nur das Beste für ihn. Hört auf, Leute, mich mit Hass zu erfüllen, damit ich sauer werde. Hey, nein, bitte. Nur das Beste für ihn, für seine Familie. Ist ein guter. Hört auf, mich mit Hass zu erfüllen, Leute. Ich bin nicht hasserfüllt und so. Leute, lass mich in Ruhe. Ich liebe euch, Leute. Hört auf, meine Meinung, meine Meinung. Was soll meine Meinung sein, Leute? Er hat mir nichts angetan, Leute. Was kann er dafür, wenn ich gesperrt werde, ja? Leute, die schlimmste Krankheit im Kopf ist, wenn ihr von jemandem was Falsches denkt, obwohl diese Person vielleicht gar nicht das ist und so. Wenn ihr im Kopf irgendwas habt und so, ne? Weißt du, wie das ist? Wie zum Beispiel meine Mutter denkt, dass jemand aus ihrer Familie schwarze Magie auf sie gemacht hat. Obwohl das gar nicht stimmt. Und das habe ich im Kopf. Nino hat mich gesperrt, obwohl Nino mich gar nicht gesperrt hat. Und das ist diese Krankheit im Kopf. Man denkt von jemandem irgendwas, was gar nicht stimmt. Micky, Micky, Micky. Leute, ich habe zu Micky gesagt das, was ich immer sagen wollte. Deswegen, scheißegal. Was er sagt und so, dann juckt mich nicht. Jetzt tut mir nur ein Gefallen. Jetzt tut mir nur ein Gefallen. Und Leute, diese GTA-RP lebt nicht, ja? Außer diese, was soll ich zocken, Alter? Es gibt doch nur Fortnite. Fortnite ist langweilig geworden. Jürgen Woller, wie der mich aufregt, ja? Äh. Äh. Ich mache mehr Reaktionen. FIFA, FIFA ist aber nur eine Person, Leute. Hey, Leute, warte ich da mal, ja? Hä? Leute, guck mal, ja? Leute, kommt alle auf mein Twitch, Leute. In meiner Bio seht ihr das, Leute, in meiner Bio. Da könnt ihr schreiben, könnt vielleicht subscreiben, wenn ihr wollt. Bis das lädt und so. Leute, diese PUBG, ist das ein schönes Spiel? Umut ist krank, Alter, ja, Wallah. Ich weiß nicht, was der Typ hat. Aber über defekt. An nicht alle anderen. Nur Umut ist der Beste, Wallah. An nicht alle anderen TikToker. Ich habe Cookies. Ich habe Cookies. Leute, was... Was ist diese Leute Cookies und so? Warum muss man die Cookies akzeptieren? Das verstehe ich nie eigentlich, ja? Okay. Letzte. Ah, sehr gut. Leute. Leute. Folgt mir alle auf Twitch. Bareille oder schlicht davon. Auf Twitch Leute. Kommt alle rüber. Bareille unter sich. Auf Twitch Leute. Kommt alle rüber. Kommt rüber. In meiner Bio. In meiner Bio. Untertitelung des ZDF, 2020